Hello, hello, mein Name ist Deborah Fleischmann und in dieser Folge spreche ich darüber, wie bzw. welchen positiven Auswirkungen Meditation auf dein Gehirn haben kann. Meditation ist mehr als nur ein Trend, etwas, das man irgendwo posten kann, Hashtag Selfcare, Hashtag MeTime. Meditation ist eine Form der Lebensführung, in der du dich bewusst dafür entscheidest, dich selbst zu beobachten. Eine Pause zu nehmen, dir eine Pause zu gönnen, aber nicht im Sinne von Konsumpause, dass du dich weiter berieseln lässt mit irgendwelchen äußeren Reizen. In einer Welt, in der wir komplett überflutet werden mit Reizen, weswegen, denke ich, auch viele Menschen einfach Probleme haben, weil sie gar nicht mehr zur Ruhe kommen und schwer abschalten können, was sich dann auch in Schlafproblemen äußert oder in so einer gewissen Unruhe, Nervosität, die auch im Alltag nicht wegzugehen vermag. Meditation sorgt dafür, dass wir gelassener werden, mehr Ruhe finden, steigert auch unser Selbstbewusstsein, erhöht unsere Fähigkeit zur Empathie, also dass wir mitfühlen können, noch mehr mitfühlen können mit anderen Menschen und stärkt auch unsere Fähigkeit zur Selbstregulation. Die Hirnforscher haben herausgefunden, dass die beteiligten Hirnareale sich sogar vergrößern nach wenigen Wochen und insgesamt nimmt auch die synaptische Dichte zu, was auch einfach dafür sorgt, dass man klarere Gedanken fassen kann und wieder den Fokus hat. Also nicht dieses Wirrwarr im Kopf, dieses Grübeln und eine Milliarde Gedanken erdrücken ein und man kann keinen klaren Gedanken fassen und alles ist too much, sondern dass man wieder Fokus hat, Struktur und so wie bei einer gut klingenden Melodie zwischen jeder Note eine gewisse Pause ist, weil sonst wäre es nur Lärm, ohne Pause ist jede Melodie Lärm. Ja, so musst du dir das Leben mit Meditation vorstellen. Wer meditiert, dessen Lebensmelodie klingt einfach harmonischer, wenn man das jetzt mal so keck metaphorisch ausdrücken möchte. Wenn es dir gelingt, hektische Betriebsamkeit, also dieses ständig irgendwas machen müssen, dieses Gefühl, dass du dauernd irgendwas machen musst, ja diese Betriebsamkeit im Kopf, in den Gedanken, wenn es dir gelingt, das zu beruhigen und deine Aufmerksamkeit eben zum Beispiel auf die Atmung, auf Körperempfindungen oder Worte bzw. Silben zu knüpfen, also Silben im Sinne von das klassische Om, muss es aber natürlich nicht sein, dann merkst du, dass deine Atmung wie von selbst langsamer wird und auch tiefer, also dass es eine intensivere Atmung ist, nicht dieses flache, sondern es geht tief rein, tief raus. Dadurch schlägt das Herz auch langsamer, der Blutdruck wird gesenkt, die Muskeln entspannen sich und sogar die Schweißdrüsenaktivität nimmt ab. Außerdem zeigt die Hirnaktivität eine langsamere und stärker synchronisiertere Wellenfrequenz. Zu dem Thema Wellenfrequenzen im Gehirn komme ich dann noch. Also Meditation kann man grundlegend so beschreiben, dass du dir selber beim Denken und Fühlen zusittst. Du gehst sozusagen auf die Metaebene, du beobachtest deinen inneren Dialog und deine Emotionen tief in dir drin und lässt alles vorbeiziehen, also die Gedanken ziehen wie Wolken vorbei. Du sagst so, aha, das ist also der Gedanke, aber du identifizierst dich nicht damit. Und wenn man damit beginnt, wird man am Anfang sehr unruhig sein, eventuell auch wütend auf sich selber, weil es nicht so leicht ist, wie man denkt, dass man sich einfach still hinsetzt. Glaub mir, am Anfang wirst du denken, oh Gott, 30 Sekunden, 60 Sekunden ruhig sitzen, um meine Gedanken zu beobachten. Das ist extrem anstrengend, diese 60 Sekunden, die fühlen sich an wie eine halbe Stunde so. Ja, und je mehr du das aber ausweiten kannst und merkst, okay, ich kann meinen Geist fokussieren lernen, desto mehr Frieden und Ruhe findest du auch. Und ich glaube, in der Zukunft oder auch jetzt schon ist ein Leben ohne Meditation eigentlich gar nicht mehr möglich, weil es einfach sonst zu viel ist. Die ganzen Außenreize, die tausend Farben, die tausend Klänge, die ganze Technologie, überall ploppt irgendwo was auf, jeder will irgendwas von einem. Und um all denen gerecht zu werden und auch seinen Herausforderungen auf gesunde Weise entgegentreten zu können, denke ich oder bin ich wirklich der tiefsten Überzeugung, dass kein Weg an Meditation vorbeiführt. Und du lernst im Rahmen der Meditation auch eine Art wohlwollende Haltung gegenüber dir selber, weil du, wie gesagt, am Anfang wirst du sehr ungeduldig sein. Du wirst sehr, ja, hektisch sein. Und dir denken, ach, bei mir funktioniert das nicht oder das bringt nichts. Und das ist aber wirklich etwas, was du kontinuierlich machen musst und was du auch erst mal genießen lernen musst. Weil, wie gesagt, am Anfang fühlt es sich, ja, vielleicht sogar unangenehm an, weil du denkst, mein Gott, was soll das, was bringt das? In der Zeit könnte ich auch etwas Nützlicheres machen. Ja, das ist so diese Illusion der Aktion. Wir wollen immer irgendwas machen. Ähnlich wie bei einem Torhüter, ja, wenn da ein Elfmeterschuss ist, es ist nur eine Drittelwahrscheinlichkeit. Ein Drittel ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Schuss nach links fällt, ein Drittel in die Mitte, ein Drittel nach rechts. Trotzdem springen die Torhüter meistens nach links oder rechts. Also in den seltensten Fällen bleiben sie stehen, obwohl von der Wahrscheinlichkeit her der Ball auch in die Mitte fliegen könnte. Und das ist einfach diese Illusion der Aktion. Wir denken immer auch im Alltag, in unserem ganzen Leben, dass wir ständig hier irgendwas tun müssen und vergessen dabei, dass wir viel wichtiger etwas oder jemand sein müssen. Und jemand sein müssen nicht im Sinne von, dass wir andere übertrumpfen wollen mit unserem Sein, sondern in gewisser Weise, indem wir vergessen, dass wir jemand sind, werden wir erst jemand. Also das klingt ein bisschen paradox, aber es ist tatsächlich so. Und wir lernen uns besser kennen, wenn wir uns erst mal vergessen. Viele Menschen sagen, sie sind so auf der Suche nach sich selber und probieren alle möglichen Dinge aus und finden sich nicht. Warum? Weil du dich nie im Außen findest. Du kannst dich immer nur in deinem Innersten finden. Die Forschung hat sehr interessante Erkenntnisse gewonnen in Bezug auf Gehirnwellen. Also kurz zur Erläuterung, Gehirnwellen ist so die Summe aller elektrischen Aktivitäten der Großhirnrinde, die mittels Elektroden an der Kopfhaut gemessen werden können. Und jede dieser unzähligen elektronischen chemischen Entladungen unserer Nervenzellen erzeugt unter normalen Umständen zumindest ein winziges elektromagnetisches Feld. Und das ist eben die Summe, das sind die Gehirnwellen. Wir entscheiden dabei zwischen verschiedensten Frequenzen, zum Beispiel einmal die Deltawellen, das ist so ein bis drei Hertz. Also jedes Maß der Frequenz ist ein Hertz. Und ein Hertz ist sozusagen eine Schwingung pro Sekunde. Und diese Deltawellen, wie gesagt, ein bis drei Hertz im Schnitt, das kommt vor, die kommen vor, wenn wir zum Beispiel traumlos im Tiefschlaf uns befinden, in Trance-Zuständen, sind auch sehr wichtig für Heilungsvorgänge. Also wie in meiner Folge zu dem Thema Schlafzyklen und fit aufwachen nach dem Schlafen, auch wenn man wenig schläft. Ja, da habe ich auch schon Bezug drauf genommen, dass eben diese Tiefschlafphase sehr wichtig ist, dass Wachstumshormone ausgeschüttet werden und auch wichtig für unser Immunsystem. Ohne die Tiefschlafphase werden wir auf Dauer krank. Dann gibt es noch die Täterwellen. Das sind so vier bis sieben Hertz. Das ist dann der Zustand der tiefen Meditation oder eben auch schlafähnlich. Also da ist das Unterbewusstsein sehr aktiv. Die Fantasie wird stark angeregt. Man ist offen für Inspirationen. Das Vorstellungsvermögen ist sehr ausgeprägt. Freies Assoziieren ist möglich. Kreatives Denken. Und diese klassischen Denkfunktionen greifen nicht ein. Also so alles, was die Logik betrifft. Und deswegen ist bei Kindern bis zum zehnten Lebensjahr die Fantasie so ausgeprägt, dass die dauernd dir irgendwelche Geschichten erzählen und Sprüche raushauen, wo du dich manchmal kaputt lachen kannst und wo du dir denkst, ja, wie kommen die denn da drauf? Warum reden die die ganze Zeit solche Sachen? Und das liegt daran, dass einfach bis zum zehnten Lebensjahr die Täterwellen einen höheren Daueranteil haben. Aber das nimmt dann mit zunehmendem Alter auch ab. Dann gibt es die Alpha-Wellen. Das sind so 8 bis 12 Hertz. Das ist ein relaxter Zustand zwischen Wachen und Schlafen. Man hat so eine zuversichtliche Grundstimmung. Auch ein Gefühl von Integration von Körper und Geist ist ein relativ neutraler Zustand. Da ist dann beispielsweise autogenes Training auch möglich. Und dann der Zustand, den wir alle kennen, die Täterwellen, das sind so zwischen 13 und 100 Hertz, wobei 100 wirklich schon sehr hoch ist. Da sind wir sehr wach, konzentriert, alarmbereit. Es ist ein angespannter Zustand und je mehr Stress wir haben, desto höher wird eben auch dieser Täterwellenanteil. Also wie gesagt, 100 Hertz ist schon sehr hoch. Vordergrund steht dabei, das nach außen gerichtete Bewusstsein, die Verarbeitung von Sinnesreizen und das prüfende Denken. Also wie gesagt, so dieser logische Verstand, dass wir im Alltag funktionieren, zum Beispiel wenn du zur Arbeit gehst, konzentrierter deine Aufgaben erledigst, dann ist das im Betawellenzustand. Ähnlich wie man sagt, dass Sport den Körper stärkt, kann man tatsächlich sagen, dass Meditation Leistung der Nervenzellen fördert, weil die Gehirnwellen langsamer werden, eben von Beta zu Alpha oder sogar zu Delta- und Thetawellen, also diese 3 bis 8 Hertz. und wir dann einfach unser Bewusstsein schärfen in einer Welt, wo überall Multitasking verlangt wird, wieder auf Monotasking kommen, wirklich Fokus auf eine Sache und es ist wirklich sehr, sehr schwer. Man meint es gar nicht, weil wir eben in dieser Welt leben, wo wir denken, naja, wenn ich 10 Sachen gleichzeitig machen kann, ja, ich koche, ich kümmere mich um die Kinder, oder ich höre einen Podcast, dazwischen telefoniere ich noch mit der Mama oder mit der Freundin oder Nachbarin oder wem auch immer, ja, und dann parallel dazu räume ich noch auf und schicke eine E-Mail am Handy oder beantworte irgendwas, schicke eine Voice Message und solche Dinge. Da könnte man meinen, dass, wenn man sich nur auf eine Sache konzentrieren muss, dass das einem super leicht fällt, aber tatsächlich ist es ja so, dass wir im Alltag sehr zerstreut sind, wir machen vielleicht 10 Sachen gleichzeitig aber das heißt nicht, dass jetzt 100% auf 10 aufgeteilt werden, also dass jeder Bereich 10% bekommt und selbst das ist zu wenig. Es ist wirklich besser, wenn man jeder Sache, jeder Aufgabe 100% gibt oder wenigstens so wenig wie möglich gleichzeitig macht, einfach weil man auch innerlich nicht so zerstreut ist, weil man mehr Ruhe hat und Fokus hat, was nicht nur dafür sorgt, dass man Aufgaben gründlich erledigt, sondern auch, dass man mit einem besseren Gefühl dabei ist und nie immer diese Angst hat, die damit schwingt, dass man irgendwas vergisst, weil man eben gestresst ist. Und ja, man könnte eben meinen, ach, wenn ich 10 Sachen gleichzeitig schaffe, dann werde ich ja wohl eine Sache erst recht schaffen, aber wie gesagt, für Leute, die mit Meditieren anfangen, die machen die Erfahrung, dass es am Anfang ehrlich gesagt eher schwer ist und geben dann leider recht schnell auf. Drum mein Credo, immer dranbleiben, mach ruhig kurze Zeitabschnitte, Du kannst ja ganz klein anfangen mit nur 10, 20 Sekunden am Morgen oder so, dass du sagst, ich konzentriere mich auf meine Atmung und dann kommt alles Weitere und mit der Zeit wird man süchtig danach. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Diese Stille ist so anregend und tut einem so gut. Ich kann mittlerweile verstehen, warum so gestresste Manager tausende Euros für Silence Retreatments ausgeben, weil die das einfach nicht selber schaffen, sich Ruhe zu gönnen und einfach mal zu schweigen und in sich reinzuhören. Aber wenn du dir einfach sagst, okay, jetzt gehe ich in den Wald oder auch zu Hause, dass ich mir einfach mal ein paar Minuten Ruhe gönne und da meditiere und mich einfach nur auf meine Atmung konzentriere oder auf irgendetwas. Ich meine, auch Lesen zum Beispiel ist ja eine Form von Meditation. Du kannst so tief in die Bücherwelt versunken sein, dass du Äußeres gar nicht mehr mitbekommst. Wie oft hat man mir schon gesagt, dass ich irgendwas nicht gehört habe und ich war aber einfach so im Lesen vertieft. Ich habe tatsächlich nichts gehört, weil die Konzentration so hoch war. Mir war aber nie ganz bewusst, dass auch Lesen eine Form von Meditation ist. Also für alle Menschen, die jetzt sagen, also ich habe gar keinen Bock oder ich habe das versucht, aber irgendwie ist das ein bisschen cringe, mich da hinzusetzen und dann still zu sein. Dann such dir eine Tätigkeit. Alles kann irgendwie meditativ sein, solange du eben 100 Prozent Fokus drauf setzt und wenn du im Garten eine Pflanze umtopfst, auch das ist eine Form von Meditation. Es geht darum, dass man eben seine Sinne schärft, dass man sich nicht ablenken lässt in einer Welt, wo dauernd irgendwas klingelt oder irgendwelche Farben die Aufmerksamkeit erregen, dass man einfach mit der Konzentration zu 100 Prozent bei einer Sache ist. Und ja, in diesem Sinne viel Spaß beim Meditieren, wie auch immer das bei dir in deinem Leben aussieht. Keep it Nivella aus Nürnberg. Bleibt gesund. Ciao.